Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will einen Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Sieben, 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 sieben. Moment, 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 Moment. Was für sieben Sachen? Ach, keine Ahnung. Milch und Mehl, Eier und Gel, Zucker und Salz, Schmalz, Rot. Moment, Moment, Moment. Was denn, was denn? Oh, was ist denn das hier? Oh, ne Kamera. Oh Mann, du weißt, wie nervös ich werde bei Kameras. Ich hasse Kameras. Komm, steh mir bei, hilf mir. Probieren wir's nochmal. Komm, wir machen's nochmal. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will einen Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Milch und Mehl und Gel und Gel. Moment, Moment, ich hab da was, ich hab da was. Was denn jetzt? Du hast, hast du Flö? Nein, mein Nagel steht auf. Dein Nagel. Nein, mein Nagel, ich hab aufgleichs. Okay. Einmal so. Wir können nochmal anfangen. Nochmal. Äh, Moment, Moment, was soll der? Das hat mir gefallen. Nimm die Foto runter, nimm die Foto runter. Okay, okay, okay. Komm, Konzentration. Bup. Ey, nimm die Foto runter. Bup. Gott, du bist so lächerlich, ehrlich. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will einen Kuchen backen, der muss haben sieben, sieben, sieben. Jetzt bin ich, jetzt bin ich raus. Konzentrier dich doch mal. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker. Was, was? Und du bist dir sicher, die Leute stehen auf sowas im Internet? Natürlich, die stehen total darauf. Wir sind Katzen. Und du bist dir sicher, die Leute stehen auf sowas im Internet?